Dieser Audi ist aus dem Baujahr 2008. Es lohnt sich ihn einmal genauer anzuschauen. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und eine Automatik. In diesem Auto finden Sie verschiedene nützliche und angenehme Extras, wie beispielsweise eine Geschwindigkeitsregelanlage, vordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Die helle Xenon-Beleuchtung verbessert die Sicht und macht das Fahren im Dunkeln weniger anstrengend. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017